Boom Brandygen, Bam Boom Boom Badaboom Bin schon wieder Teraner, Bab Da Boom Die haben übrigens, Ukraine hatte gestern ihren Voranscheid Das wurde alles einen Tag vorher aufgezeichnet, weil die nicht mehr Live-Fernsehen machen dürfen, falls ein Bonn-Alarm dazwischen ist und dann sollte es zur Abstimmung kommen in so einer eulen App und die App ist natürlich abgestürzt oder von Putin eingenommen worden, man weiß es nicht so genau Wir hatten eigentlich eine halbe Stunde Zeit zum Voten und dann wurde gestern Abend gesagt, naja, das wird heute wohl nichts mehr Heute ist mal, also jetzt Sonntag darf gewartet werden bis 18.05 angeblich Also es könnte am Ende dieser Aufnahmesession die Entscheidung stehen, wer die Ukraine vertritt Dafür brauchen wir mehr Mineralien Also natürlich kann das jetzt auch ein Bulgare oder ein Russe gewesen sein, mit dem wir hier gerade unterwegs sind, aber mir hat das daran erinnert die kyrillische Schrift Das ist Damir Ketsu steht da Ja, im verlorenen Jahr, deshalb ist das so eine komische Bühne Lecker aus Atschi Atschi nicht so aufregend Das ist richtig Aber Nergorix mag Pokémon ja nicht mehr seit dem Dexit Das ist richtig Aber es ist ja jetzt auch kein Nintendo Ding Sehen nur alle so aus, als wenn sie von Nintendo Ja, das eigentlich Schlimme für Nintendo ist halt, dass das zwei Dullis alleine gemacht haben Ja, das ist aber ja bei Game Freak auch so Es ist das größte Unternehmen der Welt und es wird von acht Leuten immer gemacht Weil die so wichtige andere Spiele noch machen müssen die kein Mensch kennt Und auch nicht kennen will Aber ich kann mich nicht noch schon wieder über Pokémon aufregen Was die aus dem Franchise gemacht haben Wir haben ja bitte ein anderes Spiel von The Pokémon Company quasi Ja, von Game Freak meinst du Ja, das ist ja gar nicht mehr Game Freak Das heißt ja jetzt, glaube ich, nur noch The Pokémon Company Ne, das ist Quatsch Das ist, The Pokémon Company ist, glaube ich Mein Gott, was schreit der mich denn hier so an? Ich will doch was erzählen Also ich habe jetzt hier natürlich nur gefährliches Halbwissen, ne? Wie immer, also Aber, äh Ich glaube, The Pokémon Company ist nur für das Design beziehungsweise für die, äh Bilder von Pokémon zuständig Das heißt, das sind eigentlich die, die entlassen gehören? Ne, das Gameplay ist ja genauso schlecht Ähm, aber die Arme entfernen wir zusammen Der größte Skandal war ja der Baum Da kann ich mich noch dran erinnern Als nach dem Trailer der Baum Nur, es ging nur um den Baum Der Baum, der Baum, der Baum Es ist halt einfach ein lieblos dahingerotztes Ding Was die immer noch machen Das, ich finde das so traurig Das war so ein tolles Franchise Ich meine, man muss halt sagen Es finden sich ja immer noch genug Leute, die das toll finden Das ist ja auch völlig in Ordnung Ähm, aber Auch, ich habe das noch letztens gedacht Die könnten ja auch einfach nochmal machen Sagen, wir machen das jetzt wie bei Smash Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als klar Ähm, alles in einem Ja, das könnt ihr ja auch über 5 Jahre lang machen Und ich kaufe das doch immer wieder für 60 Euro Die nächste Erweiterung Wenn das alles in einem Spiel am Ende ist Also, möchtest du, dass das Pokémon Franchise von Paradox übernommen wird? Ja, meinetwegen Paradox kostet viel Geld Aber hat auch gute Produkte Ja, Moment, aber mit dem Abo-Modell denn? Ja, das ist ja jetzt erstmal massiv erhöht vorhanden vom Preis Aber das ist auch ein tolles Lied, aber das funktioniert gar nicht im ESC Weil man es halt nicht versteht Das letzte Licht, äh, Licht Das letzte Licht, äh, kriegt Drei, das mochte ich nicht Das ist so ein tolles Lied, aber das funktioniert einfach Die Erweiterung ist einsatzbereit Ja, das Bühnenbild wird zerstört, ne? Ja, es ist halt ein Lied mit einer Message Aber die Message ist halt auf Italienisch Die versteht halt keiner Louis Hamilton jetzt für Ferrari Ja, das ist auch was Das hätte ich nicht gedacht Von beiden nicht, dass die sich das antun Wir brauchen mehr Mineralien Wir brauchen mehr Mineralien Ja, alles in Hamilton ist halt immer noch ein grundsolider Fahrer Und Ferrari ist halt immer noch eine grundsolide Marke Das muss man ja einfach sagen Ja, beide sind Mittelfeld, Leute Milliarden Menschen, die auf etwas hoffen Aber das ist halt wie, wie, äh, Spieler, die im Moment zum FC Bayern kommen Das ist halt auch nur die Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird Ach, Bremen hat gewonnen gegen Bayern Das ist nochmal ein Lieber, ne? 15 Jahren bei dir Double Drop? Oder Volt Race? Nee, ich sehe anders, es kann Double Drop Wir brauchen mehr Mineralien Mein Stim ist leider noch nicht durch Fartig Forschung abgeschlossen Das kann aber auch noch gar nicht durch So, weil ich es nicht angedrückt habe Haha Das ist schlecht Darag, da kannst du dich eingreifen Wir haben eine höhere Range als KC Komm schon abgeschlossen Lass dich doch einfach dein Leid Du brauchst aber langsam deine Turrets, ne? Also zumindest die Möglichkeit Die Möglichkeit Also, was er, glaube ich, habe ich gerade gespottet In meinem geschulten StarCraft-Auge Vermute, dass deine Exe nicht durchkommen wird Pff Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommen Ich weiß nicht, wie du da raufkommst Ne, ruhig sei nicht, ehrlich bin ich Das ist schon wieder so eine Schwarzmalerei von dir Da ist die Beschätzung Jaja, das ist schon das ganze Zeit Deshalb habe ich ja gerade gesagt Milliarden Menschen, die hoffen Ist immer in verschiedenen Sprachen an Aber es funktioniert halt so nicht Also man merkt auf jeden Fall, dass er wütend ist Ich darf nicht niesen Aber sie darf backen Moment, Moment, Moment Ist das wie beim Zahnarzt nach der OP Vorm Weisheitszahn? Das kann aufreißen Genau, genau, genau Jaja, also ich darf Wenn ich niesen Also ich muss dringend vermeiden zu niesen Und wenn ich niesen muss Muss ich mit offenem Mund niesen Wie sollst du das kontrollieren? Das kann man kontrollieren, tatsächlich Oh, ich würd's gern Bei dir, bei dir ist der Aber dann ist natürlich auch alles überall sehr nass Bei dir ist nö, nö Girls, girls, girls Jetzt sieht aber gut aus, wenn er da stehen bleibt Ich weiß Ich hab auch extra gekontert Oh, du hast Wikinger T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t T-t-t-t-t-t-t-t Hast du noch da was gesehen? Nein Ich hab überhaupt keine Ahnung, wovon du gerade redest Das war doch nicht Wiki Das war nie im Leben Wiki, was du gerade gehört hast Das ist Wiki Also ich kenn das als Hey, hey, Wiki Ja, 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 dann ist auch Wiki Aber dann ist die Intro-Musik Ich hab ja Begleit-Musik gesucht Dafür fehlt uns Bespin-Gas Dafür brauchen wir Marsch-Bereit Wir haben kein Gas Ich möchte mit dir nicht sein, Sarok Ja, dann ist es auch besser so Wollen wir mal was machen? Was machen Sachen? Dafür brauchen wir mehr Versorgung Freezer 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 Was wollen wir denn machen? Was machen Sachen überhaupt? Ja, wo ist es so? Wo wie das? Wir brauchen mehr Okay, ich gehe Ich marschiere Jetzt Hier Kompanie 1 Marsch Da ist er Da ist er Ja, sammel dich vorher eben Ich hab nicht so viele Midi-Vex Weil ich so viele Andere Viecher gebaut hab, ne Das macht nichts Wo ist er hin? Er ist bei uns In meiner Mainbase Ja, egal Wir pushen dagegen Wir pushen jetzt da rauf Bleiben sie stehen Also Reinforcements bitte hinten lassen Unsere Verbündeten werden angegriffen Jawohl Wo wir hier den Fotos abräumen Ist auch gut Dann kein Blink zu haben Ich wäre ich auch nicht Einsatzbereit Das war der düppste Move Den ich je gesehen hab Ich freue mich schon drauf Abmarschbereich Ich kümmere mich drum Wird gemacht Aber sicher Wir müssen vorne jetzt einfach kaputt machen Ne, ich bin jetzt gerade hinten Okay Aber du kannst gerne da was machen Wir können vorne auch versuchen Zumindest kaputt zu machen Unsere Verbündeten werden angegriffen Ich hab den Drop getötet Gegner Beide irgendwie ohne dich Okay Der Gegner hat mich kaputt gemacht Aber komplett Der Gegner hat dich scheinbar auch kaputt gemacht Ja, du warst der Gegner da Ja, der war viel weniger Aber hat viel mehr kaputt gemacht Das ist wieder ein Balancing-Fehler gewesen Das glaube ich nicht Ist da Fiste Los, los, los Hier komme ich Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut Geht, Dane Geht, Dane Geht, Dane Ich kann dir Gas geben Ich brauche es nicht Ja, hast du nochmal Warum hast du keine Medi-Wex? Die kommen doch Die sind ja schon da Ja, zwei Du hast 180.000 Marines Aber nur zwei Ja, ich hab halt viele verloren Weil der Gegner mehr hatte Aus Gründen Lass'n pürschen Ja, aber dann ist das Spiel wieder jetzt vorbei Da ist er Kann ich scannen Warum greifst du nicht mit an? Und scannen bitte auch Zahlrock Was machst du denn da? Renn wieder dreimal im Kreis Wenn du einfach mit angegriffen hättest Hätten wir das sogar gewonnen Aber du bist dreimal im Kreis gelaufen Stattdessen wieder Jetzt werden wir die Sache wieder alles rein Mein Gott, kann dir mal jemand irgendwie hier verprügeln von mir? Wir brauchen mehr Mineralien Geht nicht Dafür brauchen wir mehr Mineralien FISTER Wir brauchen mehr Mineralien Was für Geld lieber? FISTER Nein, hab ich nicht Geht G'mon, 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 fister Und schnitt Energie Kann's kaum noch erwarten Hey, hey Losgeladen und entsichern Gegner 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 Abort, wo bist du denn schon wieder? Gehen, fister Yeah, yeah, kolossen doof Einfach kolosse kaputt machen Gehen, fister Ja, schade, aber ich glaube, wenn du damit angegriffen hättest, hätten wir das geschafft Aber Mach ja nix Aber die kriegt die zwei Ja, fister kriegt die zwei Ich würde sagen, das war's für heute Macht's gut, tschüss Je Name J iss climb Ich bruche Gehen, ften Gehen occadem, fister Geht Geh Geh